Hallo, Nelly. Hallo, Patrick. Was machst du am Wochenende? Weiß ich noch nicht. Ich hatte eigentlich nicht Besonderes vor. Wieso? Ich wollte dich zu meiner Grillparty einladen. Ich weiß nicht. Ich habe keine Lust dazu. Komm, es wird lustig. Alle meine Kollegen vom Deutschkurs werden da sein. Danke für die Einladung. Aber ich befürchte, so eine Party ist nicht für mich. Ich bin schüchtern und kenne keinen von deinen Kollegen. Komm, Trosten, du kannst ja ein bisschen mit uns feiern. Kann ich es mir überlegen und dich morgen vormittags anrufen? Ah, klar. Kein Problem. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Meinst du, ich konnte Jessica mitbringen? Sie mag solche Partys sehr und ist neu in der Stadt. Ja, klar. Gerne. Wenn sie kommen will, komme ich auch. Ja, melde dich einfach und sag mir Bescheid, ob du kommst. Bring deine Freundin ruhig mit, es wird ihr gefallen. Falls wir kommen, sollen wir etwas mitbringen? Oh, das wäre genial. Ich besorge die Getränke und die Gäste bringen das Essen mit. Ich konnte einen Kuchen backen und Jessica konnte einen Salat machen. Das klingt super, ich freue mich, wenn ihr kommt. Und wenn das Wetter schön ist, können wir uns im Pool abkühlen. Also bringt eure Badesachen und Sonnencreme mit. Das hört sich gut an, eine Grillparty am Pool. Es wird auch Musik geben. Natürlich, eine Party ohne Musik ist keine Party. Das klingt super, ich freue mich. Wo müssen wir denn hin? Wo wohnst du denn? Die Adresse ist Steinstrasse Nummer 14. Ihr müsst bei Schmidt klingeln. bei Schmidt klingeln. Na gut, dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Ja, ich hoffe es auch. War nett, dich zu sehen. Ja, ich habe mich auch gefreut. Na dann, bis bald. Bis bald und danke für die Einladung. Sei Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lass dein Like da. Tschüss. Schönel ein T-T. từ, Vielen Dank.